Ich bin Nezat Latifi seit 2003 bei Grazer Linien als Busfahrer tätig. Ach, zu Grazer Linien bin ich damals gekommen, nämlich zufällig zur Gewahrrichtung Arbeit mit Linie 31 und da spontan ließ ich auf die Scheibenseite Fahrer gesucht werden für Straßenbahn und Bus und da habe ich mich beworben und es ist mir gelungen und heute bin ich fast 20 Jahre da und bin ich sehr froh. Alltag ist immer anders, ja. Die schönsten Momente im Alltag sind unterschiedlich. Ich sage, man sieht einen Kollegen noch längere Zeit, einen netten Kollegen, es freut sich. Wenn man durch die Graz die Fahrgäste von A nach B bringt, ohne irgendeine Vorkommnisse, man freut sich. Man braucht eine gewisse Gelassenheit, man braucht eine gewisse Ruche und Graz Holding ist einfach ein toller Betrieb. Es ist ein gut bezahlter Job und ich sage wieder, es ist sichere Arbeit. Man hat 6. Woche Urlaub, noch 43. Lebensjahr. Man hat einen Tag Betriebsausflug im Jahr. Einfach jede Begegnung ist toll, es motiviert offen und ehrlich und ich sage, dann ist die Tag gerettet. Auch die Begegnung ist toll, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020